Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann, hier neben mir im Fenster der Sven Gollop. Und wie angekündigt, wollten wir nochmal ein bisschen in der Methode Lego Serious Play in die Tiefe gehen. Ja, Sven, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Tobias. Ja, Lego Serious Play. Beruflich mit Lego spielen zu dürfen und zu können, klingt unheimlich spannend. Was verbirgt sich denn dahinter? Dahinter verbirgt sich eine Methode, die auf der Erkenntnis beruht, dass wir, wenn wir an einem Tisch sitzen und miteinander reden, oft nur so eine begrenzte Möglichkeit haben, wirklich neu und anders zu denken, weil wir oft so in bewährten Bahnen und Mustern unterwegs sind. Und um das aufzubrechen, benutzen wir dann diese bunten Klickbausteine als Hilfsmittel, um Geschichten darüber zu erzählen, was eigentlich in uns drin ist. Wir widmen uns komplexen Fragestellungen und bauen dazu Lego-Modelle, über die wir dann sprechen können. Okay, und diese Methode, woher kommt die? Wer hat die entwickelt? Die kommt tatsächlich aus dem Hause Lego. Mittlerweile stellt Lego da nur noch die Steine dafür her. Aber sie hat tatsächlich den Hintergrund in den späten 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, als Lego in einer tiefen Krise steckte und eben auch für sich rausfinden musste als Unternehmen, wie können wir eine Strategie entwickeln, die auf den Lernerfahrungen der Vergangenheit beruht und nicht ständig in die Zukunft reinplant, weil wir die Zukunft ja nun mal nicht vorhersagen können. Also eine Erfahrung, mit der wir, glaube ich, von dem Hintergrund der letzten drei Jahre sehr mitgehen können. Okay, du sagst jetzt, Lego stellt nur doch die Steine her. Sind das ganz besondere Steine, Serious Play-zertifizierte Lego-Steine oder sind das ganz normale Lego-Steine, wie wir in den Kinderzimmern auch vorfinden? Also die Steine sind tatsächlich die, die wir auch in den Kinderzimmern und unter unseren Fußsohlen vor allen Dingen dann vorfinden. Aber die Sets sind tatsächlich speziell zusammengestellt. Also das sind, ich weiß gar nicht, in Summe, ich glaube vier oder fünf verschiedene Sets in unterschiedlichen Größen. Die Zusammenstellung ist allerdings nicht zufällig. Das ist schon so eine bestimmte Auswahl an Steintypen, die dann dazu dienen sollen, um dieses Ausprobieren und Denken mit der Hand, denn das ist es letztlich dann auch anzuregen. Okay. Wie lange arbeitest du schon mit der Methode und gab es für dich mal so ein ganz besonderes Ereignis, woran du dann mal denken musst, wenn du die Methode vorstellst? Also ich selber benutze die Methode jetzt seit 2019. Ich habe damals bei einem der Mitbegründer der Methode meine Ausbildung gemacht, was an sich schon sehr besonders ist. Also so zu dem, wir sind ja im Prinzip jetzt in einem Gespräch aufgrund dieser Veranstaltung, transformative Lernreise und diese Ausbildung an sich war schon für mich sehr transformativ, denn es ist letztlich eben die Methode zu erlernen im eigenen Tun. Also da habe ich damals schon viel darüber gelernt, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten? Das ist das eine. Und das andere in der Anwendung später ist für mich sehr so hängengeblieben ein Gespräch in einem Team. Da ging es um verschiedene Fachdisziplinen. Und wer schon mal mit DesignerInnen und mit ITInnen zusammengearbeitet hat, weiß, dass die meist sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Und in der Benutzung der Methode kam irgendwann der Moment, wo der Programmierer dann plötzlich laut ausrief, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das war für alle natürlich erst mal sehr witzig, weil endlich haben sie mal irgendwie zusammengefunden. Aber vor allen Dingen hat es noch mal sehr schön gezeigt, wie sehr uns das hilft, auf den Tisch zu bringen, was in uns drin ist und dann drauf zu zeigen und zu sagen, so sehe ich das. Was mir dann dabei hilft, im Verstehen und in der Verständigung darüber eben über Bande zu spielen in der Kommunikation und nicht mehr zu interpretieren die ganze Zeit, sondern wirklich die Bedeutung dessen, was auf dem Tisch ist, erst mal so zu nehmen und aber auch anschauen und drehen und verändern zu können. Klasse. Wenn ich jetzt als Teilnehmer bei so einer Veranstaltung mitmachen möchte, was muss ich mitbringen? Muss ich bestimmte Skills, Vorerfahrung haben oder kann ich da ganz unbelegt sein? Das Beste ist wirklich ganz mit Lust am Spielen zu kommen. Und die finden wir immer in uns allen. Ich habe regelmäßig Teilnehmende, die sagen, oh Lego, oh nee, bleib mir weg, habe ich nie mitgespielt oder habe ich mal gehasst? Oder Leute, die natürlich erst mal skeptisch sind, spielen im Unternehmenskontext zum Beispiel, was soll das bringen? Und dann erst mal diesen mutigen Schritt zu tun, ich lasse mich mal drauf ein. Das ist eigentlich die einzige Leistung, die ich mitbringen muss. Und der Rest ist dann mich einlassen, mich reingeben und es letztlich auch genießen. Und da ist vielleicht eine Warnung, vielleicht noch wichtig, es ist harte Arbeit. Weil wir dadurch, dass wir anders miteinander reden, anders denken, es wirklich auf Dauer herausfordernd ist, weil, ich sage mal, andere Bereiche auch unseres Hirns plötzlich ins Tun kommen. Und das kann schon erschöpfend sein und gleichzeitig ist es wirklich auch sehr erfüllend, in dem Miteinander mal einen anderen Modus zu erleben. Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass da wohl, ich sage mal, du sagst es gerade so im Unternehmenskontext, da einige Menschen vielleicht auch so ein bisschen Schwierigkeit haben, sich auf so eine spielerische Ebene überhaupt einzulassen. Gab es da mal irgendwo Situationen, wo, ich sage mal, ein Vorhaben überhaupt nicht zustande kam oder ließ sich das alles von dir irgendwie mit auffangen? Also im Workshop selber tatsächlich nie. Also wenn dann mal der Schritt getan ist und die Menschen an Bord sind und sich darauf einlassen können, dann hat das Ganze auch einen sehr einfachen Kernprozess, also vier Schritte, die immer gleich sind und dementsprechend sehr transparent und sehr, sehr handhabbar sind. Und was halt häufig dann eher vorher passiert ist, dass Menschen erstmal mit ihren eigenen Vorurteilen in Kontakt kommen müssen. Warum bin ich der Meinung, dass Spielen nichts mit ernsthaftem Tun oder vielleicht sogar mit Entscheidungen zu tun hat, wo wir ja eigentlich wissen, dass Spielen als Modus des Lernens uns als Säugetiere einfach angeboren ist. Also das ist so die tiefschürfendste Art, wie wir lernen, ist im spielerischen Ausprobieren von neuen Erkenntnissen. Und das Schöne ist, ich sage dann auch mal, dass das Schlimmste, was passieren kann, du hast zwei Stunden oder einen Tag Lego gespielt, hattest Spaß mit deinen KollegInnen und ist doch dann auch schon mal was. Es passiert natürlich wesentlich mehr, aber das ist ein gutes Log-Angebot. Klasse, klasse. Also ich glaube, da sehe ich auch ganz viele Parallelen, auch so zur Erlebnispädagogik, so Spielpädagogik oder auch Computerspielpädagogik, Medienpädagogik, gerade wenn ich so auch ans Thema Minecraft oder so denke. Gibt es das auch auf einer digitalen Ebene, wenn wir jetzt gerade beim Thema Minecraft sind? Das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Also zum einen habe ich auch schon virtuell Lego Serious Play Workshop durchgeführt, aber das Wichtige ist, dass es trotzdem mit dem haptischen Material, mit dem physischen Baustein passiert. Das hat den einfachen Grund, dass es wirklich um diese Verbindung zwischen meinen Händen und meinem Gehirn geht. Und die Steine sind an sich eigentlich gar nicht so unbedingt wichtig. Die sind nachher die Bedeutungsträger. Aber wichtig ist, dass ich erstmal dahin komme, diese verschiedenen Steine in die Hand zu nehmen und ohne darüber groß nachzudenken, was die Aufgabe ist, mich quasi in den Prozess reinzugeben und anzufangen, mit den Händen zu denken. Und deswegen, also ja, ich habe mir auch schon oft gedacht, es wäre eigentlich so schön, wenn ich dann auch nicht nachher alle Steine wieder sortieren müsste. Wenn es also mit Minecraft zum Beispiel ginge. Aber da würde eben die eine Ebene fehlen. Aber wer weiß, wo wir da mit Virtual Reality Umgebung tatsächlich irgendwann noch hinkommen, wo das haptische Erleben dann auch gegeben ist. Schönes Zukunftsdema. Ja, auf jeden Fall werden wir auch am Ball bleiben. Sven Golob, herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in Lego Serious Play. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg auch bei der Veranstaltung. Für diejenigen, die jetzt aus dem Kontext nur das Interview gesehen haben, in der Videobeschreibung ist auch noch mal ein Link zu einer Veranstaltung, wo das dann als Referent mit meinem Kollegen Mike Breitbart dabei ist. Ja, dir wünsche ich alles Gute, viel Erfolg. Danke, dass du hier warst und noch eine schöne Zeit. Danke dir auch, alles Gute. Danke fürs Gespräch. Ja, tschüss. 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 Tschüss.